Hallo, heute haben wir Türchen Nummer 9 geöffnet. Hinter dem Türchen verbirgt sich ein kleines Konzentrationsspiel. Ich verreise und mein Koffer ist gepackt. Was da wohl drin ist, ihr werdet es gleich sehen. Oh, no, up hier! Over hier! Na, habt ihr gut aufgepasst? Ihr habt sicherlich gemerkt, dass alle Sachen, die ich in meinen Koffer gepackt habe, mit der Adventszeit und mit Weihnachten zu tun haben. Könnt ihr versuchen, die Dinge nochmal aufzuzählen? In der richtigen Reihenfolge, in der wir sie euch eben gezeigt haben? Ich bin sicher, ihr schafft das. Ein kleiner Tipp noch von mir. Es waren 10 Gegenstände, die mir im Koffer sind. Okay? Bis bald! Tschüss!